herzlichen willkommen zurück zu snapperleter 4 zusatzmission hier mit mir level up gemini ich habe einen sommer bekommen nein ich bin nicht der von minecraft ich bin level up gemini freunde ab geht die post ihr seht schon todesturm 2 unterwanderung geile sache wird er sein abknallen wird sein und mal schauen wie es gleich so beginnen wird was 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 got suspicious blister in der house arrest sie told us her husband had hidden his research papers inside a music box he also made sure to encrypt them so they can only be read using a cipher nazis don't know any of this yet but it's only a matter of time we're going to learn what the storm is i need to get the cipher from dr galvani grab his research and spring very young jetzt gehört kohle schlüssel besorgen so wie ich das verstanden hab dann ok jawoll hier sind wir auch schon und zack am sack hier oh sniper da oben geil abknallen ach wie schön boah hier über das snapper oder? boah die hände befreien oh ok dann haben wir erstmal den hier adios amigos abchecken ob da noch einer ist wir freuen boah alter die map ist geil ich werde das wird hier richtig abgehen jungen richtiger festung ne So, mal in Deckung hier gehen. Wie quatscht der, Alter, so? Na, glück hat's, stammt hat, äh... Okay, da verballer ich eigentlich nur meinen Mund, hier ist aber einer. Brauchst du nicht, was ihm geschieht? Die Eier, Alter, dein Ernst? Das hat mir sogar weh, ein bisschen. So, Freunde, jetzt wollen wir aber mal hier. Das ist gar nicht so lang. So schön hier. Huh, was ist das? Alter, schnell wieder weg, ganz schnell wieder weg. Also der Pfarrer kriegt auf jeden Fall ein. Und der, weil der nix gemackt hat. So, fahren könnte ich schon mal nicht. Da ist der Panther drin. Und der Röschschützer kriegt jetzt einen. Ja, Digga. Ach, scheiße. Was hat er das? Wie kann er das überliebt haben? Gut, das muss für eine Röschschützung gleich hier ausreichen. Der ist platt. Der tritt den Tum gar nicht jeden, ne? Doch jetzt. Alter, wie gut ich bin. Lecker mir, Digga. Boah, Wette. So, von jetzt können wir wieder hier auf Normal umsteigen. Dann wollen wir mal. Alter. Ich glaube, die normalen, die fliegen richtig schnell. Na? Zeigst du dich mal bitte? So, von hier sind ja mega viele Gegner, Alter. So wie ich das mag. Ist ja auch eine dicke Festung hier, ne? Geht voll ab, Alter. Geht's richtig ab. Boah. Boah. Was hat das überliebt? Wie hat er das überliebt? Also. Tschüss, mein Freund. Wie hat er das überliebt, Digga? Wie schreit er denn so? Oh. Dein Ernst? Und dann noch. Und dann noch. Die haben sich selbst... Die haben sich selbst gesprengt. Das Blatt. Die haben sich selbst gesprengt, Alter. Doch nicht, der lebt noch. Ja, er lebt noch. Okay. Sputten. Sputten. Klein machen. Ach so, Hintermann. Ja, deswegen, Digga. Hinten saß noch jemand, hat von hinten schön geballert. Kann ich hier hoch? Stunkel hier, Alter. Ist hier gar nichts. Okay, jetzt kommen viele hier rein, glaube ich. Das hat auch noch übelst, vielleicht, ich hab da gehört. Das hat auch noch richtig übelst beleidigt, Alter. Nein, was machst du, Digga? Ach, da ist einer. Da hat aber richtig Glück gehabt. Oh, das Glück hatte mich zu verlassen. So, ich geh mal hier hoch, kurz gucken, ob es hier was Schönes ist, was für uns gibt's. Natürlich nicht. Acht Schuss noch, das ist ein bisschen mager. Greifen wir mal zu der Knarre hier. Und dann untersuchen wir mal, damit das richtig bang macht. Sieht schon geil aus. Oh, Sniper. Oh, Sniper. Oh, ein Blitzen. Tschüss, mein Freund. Tschüss, mein Freund. Komm hoch und tschüss. So, wer hat hier was? Alter, die müssen uns ja richtig übeln. Nur am Ballern hier. Ach komm, wir machen auf Rambo. Fuck off. Da, Sniper. Tschüss, Digga, tschüss. Oh, überall, überall zum Gegner. Überall. Ey, das ist ja richtig hellig hier. Boah. 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 Scheiße! Ich bin wohl nicht! Oh, jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen. Boah, der hat mir gut eingegeben. Dankeschön. Dass du dann hässliches Gesicht gezeigt hast. Boah, der ist genau hier vorne. Tschüss, mein Freund. Fuck, ich höre im Fahrzeug. Nix da, Digga. So geht das. Ohne Scheiße, das sind so... ...wiese Auftragskiller, die mich platt machen sollen. Ohnecke. ... ... ... stand schon kurz so ich hoffe die laufen auch schön in die falle alter so klarkommen hier vom wurf und da jetzt sollte der abbauen es ist mein freundschirm sein auge erhalts okay ich dachte das geht aber auch das sind so auftragsaffen alter die mich hier kühlen sollen geil das so viele hier alter es hat geknallt jungs ganz kurz ich muss mich heilen jetzt können wir wieder schauen dass die kamera halt nicht gezeigt hat wie wir die affen gekillt haben hier der hier ist reingelaufen alter ja dass sie nicht vorbei ihr hört dann können wir wiederholen das ist das ist das ist das ist Digga, sind das viele. Jetzt kommen die nicht durch. Jetzt kommen die. Tschüss Digga. Die sind wirklich nur um mich zu killen, das ist schon... Nice gemacht. Ich hab Schmitzen angesagt Digga, jetzt mach ich aber komplett auf Rambo. Aber jetzt, jetzt jage ich euch Digga. Hier. Tja, Rambo ist grüßen. Und die nächste. Bitte. Kurz noch lang. Kommt jetzt oder nicht? Achso. Scheiße. Das sind oben. Können wir wieder einpacken hier. Ja gut, dann kaufe ich mir die auch. Schön frische Tomaten hier. Schön ausgewischt. Boah. Schön ausgewischt. Boah. Ach komm, ich... Ich hab ja gesagt, ich mach ja hier auf Rambo. So, hier gibt es auch nichts für mich, Alter. Costa Rica. Was sagt der da? Ja, mein Freund, tschüss. Ich kill euch alle Digga. Ach, eine riesige, fette Map. Kommt nicht, okay. Digga, bist schon mal geflogen? Jetzt kannst du mal sehen, wie du dir nochmal alle Knochen drehst. Haha. So, wieder hier rüber. Die müssen ja die eine befreien hier. Du weißt, wo die ist? So, Freunde, jetzt müssen wir suchen. Ist das? Brauerei, Alter. Komm, wir gönnen uns mal ein Bierchen. Endlich mal. Viel mehr Munition. Hey, heiß. Du, 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 du. Komm, wir töten, finden, Alter. Schwäger, fette Wider. Oder was das ist? Das ist eine richtige Burg. Oh, das sind viele. Äh, das sind viele. Alter Schwede. Fuck off. Rumble-Style. Boah, wir sind Predator, Alter. Boah, da sind aber auch viele hier. Schnell, jetzt clean die mich auf. Sniper, Sniper. Nein, den habe ich nicht gesehen, Alter. So, Kontrollpunkt, wo sind wir? Ja. 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 Mappe. tschüss Sniperchen So, noch jemand hier ohne Fahrschein, der hier So, abhauen Und der steht genau dahinter, Alter Jetzt knallt's Boah, alter Schwede Junge, hat das geknallt So, ich seh hier nix wegen dem ganzen Rauch Was hat dir das überlebt? Ich seh deine Füße Alter Geile Sache gewesen Puh, habste die Eier nicht So, Freunde Gibt's nix hier zum Fressen für uns Dann gehen wir mal hoch Ja, ja, Schisser, du Alter Bist du gut abgeschissen Hey, was ist los? Besuchen Ja, lol Oh, da ist gar nichts dieser Wichser So, vielen Dank Habemann töten Das tut mir doch ganz, 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 ganz gerne Ach, nee, oder? Jawohl, noch einer Und, Splitter Splitter Schön in der Kiste Und, jawoll Boah, alter Alter Alter, das Mit der Panzerfaust so schön auf mich geschossen, dass sie das hier so überlebt hat grad Was mit denen? So, Freunde So, Freunde Noch jemand hier Was mit denen? Ich hab mal sonst um die Ecke so dumm geguckt So, gute Stellung hier gewesen Wo bist du? Ach, hier ist noch einer Hast du eine Granate da an dir? So, und sein Kamerad Guckt auch ein Aber zunächst kann man bis gehen hier spazieren Was sind das viele wieder, ne? Was sind das viele wieder? So, ich hab mal Was sind das viele wieder? So, ich hab mal Alter ist die gar nix, okay die lebt ja ja komm helfen die nächste alter hier ich helfe euch Digga oh geh noch auf ihm ja ich bin schon gemein der rennt wohl jetzt in seinen Tod ne da hier geil 3er boah wer tief Junge oh hinter mir auch Alter von allen Seiten ne hier gehts auch lang ist ja gar nix Digga so das geschrien ich hoffe die anderen kommen auch zu der kleinen Partie was sag ich kill euch alle oh schön versetzt wie dumm der ist warum guckt der schon so ein Gesicht jeder hatte eh schwarze Zähne ja oh das ist nicht so schön das ist ja wunderbar oh ist das ein schellig hier gibt es ja alles für alle Sache hier spricht Leutnant Godhart Blecher Autorisation von Eisen Skorpion die Einheit Valkorair so fort so fort so fort ihr habt es gehört Freunde und das was gleich passiert sehen wir auf jeden Fall gleich im nächsten Part da das ist ganz da gut das ist so